Hallo, ich bin Corina und ich mache eine Lehre als Malerin bei MENZ AG in Luterbach. Ich nehme dich jetzt mit in mein Alltag. Der Grund, warum wir bei MENZ AG die Lehre machen, ist, dass das Team einfach super ist und dass ich immer unterstützt werde, wenn ich Unterstützung brauche. Als Maler abdecken und die Untergründe vorbereiten, um den Anstrich zu machen. Die Firma ist direkt am Bahnhof und somit habe ich gute Möglichkeiten, mit dem ÖV zur Arbeit zu fahren. Die MENZ AG ist sehr vielfältig und ich habe die Möglichkeit, in andere Bereiche hineinzuschauen. Wie zum Beispiel unsere eigene Gerüstbauerei. Ich finde es mega cool hier zu arbeiten, weil wir hier ein junges, dynamisches Team haben. Das Schöne am Beruf ist, dass man kreativ sein kann und auf der Baustelle wird es einem nie langweilig. Wenn du eine Lehre als Maler machen willst, wäre es gut, wenn du Teamfight bist, schwindelfrei, gerne Bewegung hast und ein offener Mensch bist. Willst du auch so einen farbigen Alltag wie ich? Dann bewirte dich doch als Maler bei MENZ AG in Luterbach. Alles klar. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.